Ein Steuerzahler aus Quickborn erhält überraschend 1700 Briefe vom Finanzamt Kiel. In jedem Umschlag derselbe Zugangscode für das Elster-Portal. Ein technischer Fehler während der Zeitumstellung sorgte für die massenhafte Duplikation, wodurch insgesamt zehn große Kisten voller Briefe zugestellt wurden. Der Postbote lieferte die Sendung mit den hundertfach identischen Briefen vor der Haustür ab, lehnte jedoch eine Rücknahme ab, da diese als unzustellbar gekennzeichnet werden müsste, ein logistischer Aufwand, der nicht realisierbar war. Die unnötige Post verursacht Portokosten in Höhe von 849,50 Euro. Das Finanzministerium bot an, die Briefe abzuholen und zu vernichten, doch der Empfänger entschied, sie für seine Holzpellet-Heizung zu verwenden. Laut dem Finanzamt entstand der Fehler durch eine Zeitschleife, die beim Wechsel auf die Winterzeit die Briefe in mehrfacher Ausführung erzeugte.